Hey Leute, herzlich willkommen zum Digi-Adventskalender Tür Nummer 18. Yay. So, und heute dürfen wir wieder ein paar Sachen öffnen. Leider ist die Lichtqualität mal wieder scheiße, aber was soll's. So, ihr seht schon, es sind eine Menge BT4-Booster dabei. Ganze fünf Stück. Dafür haben wir noch drei X1, aber nur ein BT7, aber egal. Wir nehmen alles. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. So, dann würde ich sagen, öffnen wir mal geschwind die 5-Booster von BT4. Ja, könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr eigentlich für Adventskalender habt. Also, ich hab neben, äh, neben, äh, neben diesen Adventskalender, hab ich noch, äh, Süßigkeitenkalender natürlich. Wo ich dann immer, äh, ja, so Gummibären bekomme. Ja, könnt mir aber schreiben, was ihr so habt. Oder ob ihr generell Adventskalender scheiße findet. Ich mein, kann ja sein, ne? So, dann würde ich sagen, let's go. So, Atomic Inferno, Dokunemon, Gaugamon, Hippogriffomon, Golemon, Gabomon, Skyscorpionmon, Siaomon, Tactical Retreat, dann haben wir einmal den Dobermon, Hellsgate und Mirage Gaugamon als Superair. Ja, schön. Ja, fängt ja schon wieder gleich, äh, fängt schon geil wieder an. So, Gusukumon, Leomon, Meteormon, Atomic Inferno, Falcomon, Strabimon, Grollmon, Agunimon, Lotusmon, Sakutemon, dann haben wir Commandramon und RiceGraymon als Superair. Ja, richtig geil. Super. Zwei Superrares in einem, super. Kann weitergehen so. So, Jack White, Geograymon, Skyscorpionmon, Sankumon, Kudamon, Devimon, Volktramon, Piranimon, Anubismon, Seelstramon, der gute Issi und Kari. So, Falcomon, Cerberusmon, Gusukumon, Volktramon, Leomon, Purchine, Neodevimon, Razielmon, Babonkamon, Kuromon und Ghostmon und Darkroar. Und dann, Leomon, Leomon, Flamemon, Terbrusmon, Sankumon, Pidomon, Pidomon, Fugamon, Labramon, Bargemon, Chromon, Bukamon, Markustamon und Volkormon als Rare. Ja, ja, schön. Ich glaube, Volkormon haben wir jetzt noch sehr seltener gezogen. Deswegen, ich meine, davon brauche ich noch ein paar. Ist zwar nur eine Rare, aber ich brauche den auf jeden Fall noch viermal. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, nach dem Video kann ich ja wieder einsortieren und dann sehe ich das besser. So, DX1-Booster, Gumamon, Devimon, Megadramon, Alecmon, Andromon, Tugamon, Ikakumon, Dann haben wir Gartumon, Ethemon, Rosemon, der gute Peldramon und Fight for your Bride. So, dann Stingmon, Andromon, Devimon, Megadramon, Tugamon, Ikakumon, Alecmon, Lillimon, Metallethemon, Agumon, Fight for your Bride und Tyrannomon als Rare. Schön. So, Megadramon, Devimon, Ikakumon, Alecmon, Andromon, Tugamon, Keramon, Patamon, Greymon, Lillimon, Winrate 60% und der gute Ogremon als Rare. Gut, dann noch der eine BT-7-Booster. Und dann sind wir schon wieder fertig für diese Tür. Geht immer recht fix, ich weiß. So, Hakmon, Shellmon, Bulgmon, A.S. Gatermode, Dino Memory Boost, Brave Metal, Bokemon, C4mon, Pride Memory Boost, C4mon, Evolution Ancient und der gute Flamemon. Gut, leider keine Super Rare mehr, aber dafür haben wir zwei Stück schon am Anfang gezogen, hätte man das vorher mal gewusst. Und so einen kleinen Stapel, das ist auch schön. Gut, Leute, das war Tür Nummer 18, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen zum nächsten, haut rein!